Es ist 19.25 Uhr. Fünf Minuten bis Vorstellungsbeginn. Was ist Tradsom? Was? Tradsom! Was ist das? Wo soll ich das wissen? Mozart! Von hinten! Scheiße! Ich bin ja verschrien als Wahrheitssucher. Ich merke aber manchmal, dass das zu wenig ist. Also die Wahrheit zu verpacken in einem Kleiderdichtung ist für mich meistens das Ziel einer Arbeit. Die Möglichkeiten. In der Sprache und in deren Behandlung stecken unendliche Möglichkeiten. Das ist Teil des Instruments, mit dem wir arbeiten dürfen und müssen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist das Schwierigste aller Instrumente. Wenn man glaubt, sie zu beherrschen, ist es meistens schon zu spät. Finde ich meine Peppi noch ledig, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Der vielleicht mutigste Künstler aller Zeiten. Der, ich denke, der Wegbereiter unseres modernen Künstlerverständnisses. Der sich und dem, was er gerne und gut tut, treu bleiben will und nicht auf Nummer sicher geht. Ist es dich zu Tode? Oh ja, dass du dich gleich vollscheißen wirst. Hör auf! Die ganze Bescherung auf den Boden! Manchmal ganz schön tief. Wenn ich ans Publikum denke, dann denke ich meistens an den Moment, wo ein ganzer Theatersaal atemlos still ist. Und das ist das Schönste am Theater für mich.